Hier ein Stoff mit der Nummer 12, Ludwig 72. Das ist ein Stoff, der aus dem Bereich der Stoffe, die für Bildschirmarbeitsplatz geeignet, ausgeschrieben sind. Ein halbtransparenter. Diese Stoffe sind etwas dicker und fangen deswegen mehr Licht weg, was man jetzt gut im Sonnenlicht sieht. Dadurch kann man sie auch einsetzen, wenn man an einem Fenster und sitzt und direkt daneben dem Bildschirm hat. Zusätzlich sind sie auch noch perlbeschichtet und schwer entflammbar. Da sieht man auf der Rückseite die Perlbeschichtung.